Oh, wir sind schön am Angeln. Wir haben schon ein paar Schollen gefangen, wie ihr sehen könnt. Wir sind schon seit um fünf auf dem Wasser. Ja, und wir fangen gut. Hier ist Rudi. Rudi, sag mal was. Der dreht dich mal um. Zeig dich mal. Da, ja, ja. So, und da hinten, da hinten ist Spacko. Seht ihr ihn? Da hinten, da, der hat auch schon ein paar gefangen. Ja, wollen wir mal sehen. Wollen wir mal mehr fangen. Wir geben uns Mühe.